Shoe Review Brooks Cascadia 17 Der Cascadia 17 ist ein sehr solider Trailschuh, dem man vor allem auch im hochalpinen Gelände sehr vertrauen kann. Durch seinen sehr guten Grip muss man sich über ein mögliches Ausrutschen keine Sorgen machen. Jedoch ist der Schuh mit seinen 311g auf einer Schuhgröße von 42,5 nicht der leichteste und auch nicht der schnellste Schuh auf den Trails. Für mich persönlich eignete er sich ideal für die etwas längeren Läufe bzw. für die langen Ultras, bei dem man den Fokus eher auf den Genuss der Landschaft legen kann und nicht auf die Schnelligkeit.